hallo liebe traveling freunde heute bin ich in maro ein kleines dorf was zu neria gehört und ja ziemlich nah an der küste liegt und ja wie ihr seht ich bin auch wieder kräftig am schwitzen fast 30 grad heute wieder aber egal das schaffe ich heute schon mit ein kurzes video wünsche euch trotzdem viel spaß so 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 liebe traveling freunde ich hoffe euch hat das kurze video gefallen ich werde gleich mit dem nächsten bus wieder nach nerra fahren und dann gibt es erstmal ein großes glas wasser oder ein kaltes bier oder beides man weiß es nicht genau bis zum nächsten mal so 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 so